Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ja heute mal wieder ein kleiner Vlog. Ich bin hier aktuell im Wald auf dem Weg zu einem kleinen Aussichtspunkt hier in der Nähe von Ravensburg. Den Spot hatte ich mir schon lange mal rausgesucht und wollte es einfach mal abchecken. Deswegen let's go! Viertelstunde Fußweg nur, also ist kein weiter Weg jetzt oder so. Aber ja, checken wir es mal ab gemeinsam. So, hier bin ich an der ersten Abzweibung angelangt. Hier soll es angeblich runtergehen. Eigentlich habe ich gedacht, wir müssen eigentlich eher hoch, weil Aussichtspunkt und so. Aber naja, wir schauen mal. Ja, wir gehen jetzt auch schon Richtung Sonnenuntergang. Also circa 20 Minuten rum geht die Sonne unter. Bin ich mal gespannt. Da fähig bin ich auch mal da. Ein paar coole Farben am Himmel. Ja, schauen wir mal. Aber der Wald hier ist auf jeden Fall komplett anders als im Schwarzwald, wo ich ja sonst unterwegs bin. Im Schwarzwald ja eher dunkle Nadelwälder. Und hier ja alles so ein bisschen heller. Laubbäume. Ja, ist einfach irgendwie was ganz anderes so. Aber ja, schön ist beides. So, mittlerweile geht es auch wieder ein bisschen hoch. Bin echt mal gespannt, wo wir da rauskommen. Ich habe mir nicht viel dazu angeschaut. Wie gesagt, da stand irgendwas für ein Aussichtspunkt. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte mir das auf jeden Fall mal anschauen. So, wir sind jetzt an so einer kleinen Lichtung angelangt. Und hier geht es jetzt weiter. Übrigens, Freunde, natürlich wie immer heute wieder eigene Merch an. Stay tuned Shirt in Indigo Blau. Könnt ihr gerne auch mal abchecken in meinem Shop. Den Link, das findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, check es mal ab. So, Freunde, laut Wegbeschreibung geht es jetzt da vorne irgendwo rechts weg. Okay, die Route führt mich hier hin. Und da vorne müsste dann auch schon der Spot sein. Ich bin sehr gespannt. Okay, Freunde, wir sind gleich da. Ich sehe schon einen Spot da vorne. Ich bin mal gespannt, ob man da wirklich so eine gute Aussicht hat, wie angekündigt. Ich werde es euch gleich mal zeigen. So, hier übrigens eine kleine Grillstelle anscheinend. Kann man sich auf jeden Fall auch mal merken. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ja, ich bin ja mal gespannt. Leider ein bisschen bewölkt, bitte noch. Aber sieht auf jeden Fall ein bisschen aus. Okay, Freunde, ja, ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Wunderbarer Blick Richtung Sentes, Richtung Vorarlberg. Ja, so wie ich es eigentlich erwartet habe. Ich muss sagen, auf dem Weg kurz habe ich ja nicht so ganz irgendwie damit gerechnet. Aber ja, wie gesagt, ich wurde nicht enttäuscht. Sehr schön. Ich hoffe, euch gefällt es ja auch. Ich bin ja auch. Ja, Freunde, das war es auch schon mit dem Video dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war eine schöne Aufnahme für euch dabei. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.